Gut, machen wir weiter mit dem Thema, die transportablen, nachhaltigen, strahlenden Prinzen. Wir wissen jetzt, dass da mehr als ein Prinze ist. Sie sehen auch strahlend aus, sie sind tätig mit nachhaltiger Entwicklung, aber das andere haben wir noch nicht so ganz kapiert. Wir haben jetzt festgestellt, in dem ersten Teil, dass England dem Papst die Krone gegeben hat und dass alle ihre Gebiete, die sie in der Zukunft auch beherrschen würde, dem Papst untertan gestellt wurden. Jetzt, wenn wir kommen zu dem Kronentempel unter der Herrschaft des Geheimnisses Babelions, dann haben wir eine ganz interessante Zusammensetzung. Das ist hier einfach nur ein Zitat. Ich lese einfach nur vor. Das kommt von freedomwriter.com und diese Person hat es ergriffen, glaube ich, das Regierungs- und Gerichtssystem in den Vereinigten Staaten von Amerika gehört auf Bundes- und Ortsebene der Krone. Aber diese Krone gehört wem? Gehört dem Papst. Das ist eine Templerkrone. Darum haben die Templer in ihrem Zeichen auch diese Krone und das Kreuz. Einer privaten, ausländischen Macht. Aber bevor wir vorschnell schließen, die USA seien im Besitz der englischen Königin oder die britischen Königsfamilie, diese Krone wird weiter unter ausführlich dargelegt und erklärt. Und dann sagen sie, in dieser Stelle beziehen wir uns speziell auf die etablierte Tempelkirche, die seit Jahrhunderten weltweit als die Krone bekannt ist. Die Tempelkirche. Von nun an werden wir die Krone als Kronentempel oder Kronentempler bezeichnen. Diese drei Begriffe sind synonym. Jetzt das ganze Rechtssystem. Im größten Teil der Welt. Juristisch gesprochen, die USA wird durch den Kronentempel von der unabhängigen und souveränen Stadt London ausgesteuert. Faszinierend. Da ist auch der Sitz der Königin. Da ist auch dieses Gremium von all diesen Bunden, die wir besprochen haben. Das private Federal Reserve System, dem Geldschöpfung durch die US Federal Reserve Banknoten obliegt, ist finanziell im Besitz und unter Kontrolle der Krone in der Schweiz. Das gehört nicht den Vereinigten Staaten. Das ist eine unabhängige Organisation, die das Geld druckt. Und das gehört der Krone und wird von der Schweiz aus gesteuert. Wenn die also Geld drucken, wessen Geld drucken sie dann? Ihr eigenes Geld oder Kronengeld? Der Heimat dem legalen Gründungsort der Vereinigten Nationen, des Internationalen Währungsfonds, der Welthandelsorganisation und vor allem der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das wird alles von der Krone gesteuert. Also wer beherrscht die Geldmacht in der Welt? Die Krone. Was in einem wirklich die Augen öffnet, ist, dass der Mitteladvokatenstift der Kronentempels öffentlich zugegeben hat, dass es unter den Unterzeichnern der vorgeblichen amerikanischen Unabhängigkeitserklärung mindestens fünf Tempeljuristen waren, die durch feierlichen Eid allein der Krone unterstehen. Jetzt wird das faszinieren. Also wenn da eine Unabhängigkeitserklärung ist und die wird unterschrieben und beide Seiten sind Templer, dann haben wir juristisch eine ganz interessante Lage. Was passiert denn das? Beide Vertragsparteien dieser Übereinkunft identisch waren, nämlich sie waren Kronentempler. Falls jemand das nicht realisiert, sieht, was bedeutsam ist, was das beheißt, kein internationales Abkommen oder Vertrag würde je Beachtung finden oder rechtsgültig werden, wo beide unterzeichneten Seiten faktisch ein und dieselbe Basal verkörpern. Kann ich ein Haus kaufen, das ich von mir kaufe, kann ich zeichnen als Verkäufer und Käufer von meinem Haus, ja oder nein? Nein, das ist nicht ein gültiger Vertrag. Also hier ist was ganz Faszinierendes passiert. Es ist nichts als ein wertloses Stück Papier ohne legale Autorität, wenn die zwei Zeiten im Grunde identisch sind. Sie waren alle Mitglieder des Kronentempels. Man hat den Amerikanern weiß gemacht, die rechtlichen Kronenkolonien, aus denen Neuengland bestand, seien unabhängige Bundesstaaten, aber das sind sie nie gewesen. Sie waren und sind gemäß Patentschriften und Urkindkunden noch immer Kolonien des Kronentempels, die keine legale Grundlage für eine Unabhängigkeit von der Herrschaft und Ordnung des Kronentempels haben. Jeder legale Bundesstaat ist eine Kronentempelkolonie. Um die besagte Erklärung international rechtskräftig zu machen und das neue Kronengebiet in Form der Vereinigten Staaten zu legalisieren, stimmte der Mitteltemplerkönig Georg III. am 3. September 1783 dem Vertrag von Paris zwischen der Krone Britanniens, dem die wem gehörte? Dem Papst gehörte und den besagten Vereinigten Staaten zu. Die Krone Britanniens war damals und ist heute gesetzmäßig der Kronentempel. Und das haben wir gesehen, ist rein geschichtlich. Das gab den Vereinigten Staaten, den neuen Kronentempelstaaten, formell internationale Anerkennung. Am wichtigsten ist jedoch, wer die eigentlichen Unterzeichner des Vertrags in Paris waren. Beachten Sie die Abkürzung Esquire. Esquire. Jetzt was heißt das Wort Esquire? Es ist ein Schildträger. Mit anderen Worten, er ist ein Diener der Ritter. Ein Schildträger ist einer, der das Schild trägt für seinen Ritter. Und wenn der Ritter es nötig hat, dann gibt er es ihm. Er ist untergeordnet einem Ritter. Das heißt das Wort Esquire. Denn das steht offiziell für Beamte des Königshofes, die wir inzwischen wissen Tempelhöfe oder Kronenhöfe waren. Die Krone war in der Unterschrift von David Hartley Esquire vertreten. Also da haben wir einen Templer, Ritter, Schildträger. Ein Mitteltempler am Königshof. Die Vereinigten Staaten, eine Kronentochter wurde durch Unterschriften von John Adams Esquire, Benjamin Franklin Esquire, John J. Esquire repräsentiert. Also beide waren Templer, die unterzeichnet haben. Also die Templer haben den Templern den Freistaat gegeben. Faszinierend. Die Unterzeichner für die Vereinigten Staaten waren ebenso Mitteltempler am Königshof durch Bar Association Mitgliedschaft. Bar Association war, wenn du ein Richter warst, dann schwörst du ein Eid dem Bar gegenüber. Und Bar ist richtig juristisch ein Kronenelement gewesen. Diese deutlichen, beschriebenen Seiten der Geschichte beweisen einmal mehr, dass der Kronentempel beide Vertragsparteien repräsentierte. Was für einen perfekten und ausgeklügelten Betrug war, das Volk von Nordamerika aufgesessen. Sie sind gar nicht unabhängig. Sie sind ein Kronenstaat. Die Weltherrschaft hat heute viele Namen. Die neue Weltordnung, das ist der Favorite der Bush-Familie, der dritte Weg nach Tony Blair und Bill Clinton, die Illuminaten, die Triade, Triangle, Trinität, Freimaurerei, und so weiter, und so weiter, und so weiter. So schreibt diese Person. Aber absolut korrekt. Beide Parteien, wenn die unterschreiben, dann ist das nur ein internes Memo, dass ein neuer Kronenstaat entstanden ist. Also die Krone, die Königsfamilien, die Kirche und die Nationen sind untertanen Roms. Ganz legal, ganz geschichtlich korrekt. Da ist nichts dran zu rütteln. Also die Königin ist dem Papst untertan, und jeder, der den Papst besucht, in dieser Untertansrolle, trägt schwarz. Und der Papst trägt weiß, der Knecht und der Herrscher. Also Königin Elisabeth, hier im schwarzen Gewand, beim Papst. Wiederum beim Papst Johannes Paulus, in schwarz. Wieder ein anderer Besuch, auch in schwarz. Sogar Prinzessin Diana, in schwarz, beim Papst. Da noch ein Bild. Ihre Gene waren sehr wichtig. Könnt ihr das verstehen, warum ihre Gene sehr wichtig waren? Für die Königsfamilie. Damit die Nachkommen, die Ahnen, das beste klönigliche Blut innehaben. Und der Liberanze hier, was hat er an? Schwarz. Jetzt, angeblich, nach dem britischen Gesetz, ist dieser Erzbischof immer...